Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Dragon's Crown mit mir, dem Leviathan 2. Heute machen wir wieder ein paar Bonus-Missionen, einfach weil... ...Level. Also, jetzt... Fungi im Untergrund-Labyrinth sammeln. Hier müssten wir die Orks... ...Reclamation of Horror... ...Ja, hier müssen wir einfach Truhen öffnen, ohne die Orks zu wecken. Ja, das können wir heute gut machen. Spider-Silk sammeln. Da müssten wir so... ...Hellhounds-Attacks überstehen. Das heißt, ich müsste mich angreifen lassen. Oder... Hmm... ...Hm... ...Ich gehe jetzt mal... ...Das müssen wir wo machen? Einfach irgendwo. Irgendwo wo Spinnen sind. Nehmen wir mal an. Das erledigt sich vielleicht auch so irgendwie noch. Und dann noch das für das Ghost Ship Cove. Da müssen wir dann wieder ins Geisterschiff zurück. Aber zuerst gehen wir zur Ork-Basis. ...Vivien gibt dir eine Anruhe, die für den Hermit-Aidin. Du musst in den Lost Woods gehen und lernen über den Anten... Ja! So, gut, dann haben wir das. Ok, ja, mach ich, tu ich, äh, ich würde nämlich gerne da auf Questen gehen. Wie gesagt, so weit bin ich auch auf der Vita noch nicht. Oder zumindest nicht im Zeitpunkt, zu dem ich es aufbinde. Ja, was ist passiert? Hm, also das... Das Gate würde mich irgendwo hin katapultieren. Kannst du dir jetzt machen? Ja, der Fall. Huh, alt! Hm, also das... Das Gate würde mich irgendwo hin katapultieren... ...und du, wie ich es eben nicht. Und die Rösser, die bringen mich dorthin, wo ich möchte, aber ich glaube, die Rösser... Genau, aber die Stables, die kosten halt Geld. Die, äh, die, genau. Ja, machen wir halt. Dann ist es halt ein Ross. Müssen wir halt dafür zahlen. Hätte ich besser vorher level grindet. Das müssen wir auch machen, aber, äh, nein, da war ich schon richtig hier. Balbaron Subtron Fortress. Und hier müssen wir die Truhen öffnen, ohne die Orks zu wecken. Das haben wir, glaube ich... Die Ork-Armee kontrolliert Balbaron. Die underground Fortress ist in den Kanon. Die King-Armee hat eine riesige Offensive gelegt, um die Fortress zu retten. Ja, ich habe was gefunden. True Fist. Okay, von mir aus. Ja, einfach hier ein bisschen, äh, ja, level grinding. Oh cool, noch mehr. Das ist es nicht gewesen. Das bringt auch nichts. Es ist immer lustig zum Ausprobieren. Ja, aber wir haben hier anscheinend nichts, das was bringt. Wir können es hier aufmachen. Das ganze Level hier sollte eigentlich kein großes Problem mehr darstellen, da sowohl unsere Teamkollegen als auch ich ein bisschen, äh, stärker geworden sind. Genau. Der hier. Wir brauchen leben. Wow. Oh, Kasten. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Und da hin. Cool, dann kanns gut. Hauptsache es nervt mich nicht. Ist leise. Ja, das ist der Grund, warum, dass ich hierherkomme. Da hat der Golem weg, neuer Golem hin. Ach, ich hätte die Bombe hier noch gebraucht. Ja gut, das sind nicht die Schlafräume, also gehts noch irgendwie. Ist nur gerade irgendwie ein bisschen Verschwendung. Naja, egal. Wer braucht Leben? Ne, wer hab ich noch für euch? Ah, ist nicht meine, aber ich nehm sie gerne. Oh, die sind ja schon weg. Allesamtidioten. Allesamtidioten. Ah, was haben wir hier? Und weg hier! Bombs! Aufsch! Und aufs! Und und aufs! Danke! Okay! Hier hat's ruhen und ruhen und ruhen und ruhen. Ruhen und ruhen und ruhen. Ja, da gibt's was! Ja, genau. So vieles Schutz. Oh, yes! Tür auf! Hier rein! Wenn's dann so will! Ei, ei, ei! Ah, genau! Hier haben wir noch. Was? Tötet ihn nicht! Ich möchte ihn reißen! Das haben wir getötet. Oh! Ja, wir haben hier Öl. Es ist nicht gerade schön, weil da laufen alle meine Freunde wieder rein und, ja, spielen dumm. Jetzt müssen wir einfach schauen, hier schlafen sie, oder? Richtig. Wir ents hadden auch nur tot, ne? Beste FBOR! Hey, nein, 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 nein! Du bist blunder! Der war auch keine Neugen, auch keine Neug income. Der alte war auch gut genug! Aja, den should have been a Familiment. Was wollen wir im Nachhinein immer sagen? Jetzt hier kein Feuer benutzen, wenn das Öl so rumliegt. Das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert. Dolch! Nein, Dolch! Ich kann am besten mit Dolch nun gehen. Ah, jetzt ist es so kalt. Mach hier die Tür auf. Ja, wir sind so... Wieso tun mir meine Freunde nicht leid, wenn sie extra drin stehen bleiben? Oh, jetzt... Seid ihr alle am Leben? Gut, ich habe Angst, dass sie sterben, wenn ich hier hineingehe. Nicht mehr aufwachen. Mein Gott, sieh die Bescheid. I was on a mission. Ja, an der bin ich auch. Hier bitte die Truhe öffnen. Oh, yes. Simple. Gut. Das heißt, wir haben jetzt die Mission gemacht. Bestanden, also wenn wir dann zurückkommen. Was dann kein Problem mehr sein sollte, wenn sie jetzt nicht mehr so weitermachen, wie es bisher tun. It took 300 of them to stop me. Ja, dann will ich dich in meinem Team haben, Freundchen. Hm. Und jetzt, bitte macht hier kein Feuer. Ich sag's euch, bitte macht hier einfach kein großes Feuer. Herr Barberstein. Ja, ja, jetzt Brenz hier wieder. Jetzt sind meine Kollegen seit immer wieder die größten... ihre... sich von ihrer allerbesten seit. Ich weiß nicht, dass sie... Idiot. Den hier immer noch weit wiederbegeben muss. Was gibt's hier? Once your score reaches a certain amount, you will gain the one life point. Life points are already above and let you... Ach so, okay. Äh, gut. Ja, also habe ich jetzt noch drei Leben. Die anderen alle zwei. Wer will was zu essen? Ich will sicher was zu essen. Gut. Dann gehen wir doch mal. Das Kampf sollte nicht mehr so das Problem sein. Wir machen jetzt ja auch mehr Schaden, wenn wir sowas jetzt wenigstens. Ja, obwohl wir uns in den Station haben. Woahh. Ich muss mich nehmen. Ich muss mich nehmen. Schuhe. Ich werde mal den feil weg. Das ganze am Minus. Oh, nut er mich. Autsch. Ne, ne, ne. Oh, da hat er mich voll erwischt. Aber es hat eigentlich kein Problem gegeben. Hup. Tot. Und. KEP! Die Tresher interessieren mich eigentlich gar nicht so sehr. Level Up ist schön. Gut, ja. Dann natürlich die Quest. Jetzt, äh, das Bolz anschauen. Das hier ist hingegen sehr gut. Die nehme ich auch gerade. Äh, Schuhe, ja, äh, können auch nicht schaden. Die hier können wir noch nicht benutzen. Ja, dann lassen wir sie mal lieber. Äh, das können wir nicht mal benutzen. Und der Bogen haben wir D und E. Da habe ich die Hoffnung, dass wir noch bessere finden, bis wir Level 13 erreichen. Also zurück und so dann quit. Gut. Dann haben wir mal etwas gemacht. Level Up gekriegt. Kriegen ja noch einen Skillpunkt und ein bisschen Geld für die, und ich glaube auch, äh, Erfahrungspunkte für die Mission selbst. Ja. Ja. Auch nicht, je nachdem wir was tun wollen oder nicht. So, also, das heißt jetzt hier... Willkommen zurück! Wrests. Reclamation of Horror, genau. Das wäre dann wohl der Hero Javeline. Ja, ich würde ja auch gerne Ross reiten. Obwohl, wenn ich wieder daran denke, dass ich an den Serbelzantiger reiten kann, dann bin ich doch schon ganz zufrieden. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, könnt ihr ja Pause drücken und lesen, wenn ihr es wissen wollt. Ähm, Learn Skills. Dafür haben wir es ja auch gemacht. Da können wir uns zum einen jetzt mal die Deadly Boots kaufen. Mieter. Das heißt, mehr Schaden durch Dritte. Und, äh, was haben wir noch? Irgendwas wollten wir doch noch. Waren es noch mehr Pfeile? Waren es noch mehr Pfeile? Ich weiß gar nicht, da muss ich noch mehr Pfeile bauen. Machen wir Level 13 für Salamato Oil. Ähm, vielleicht gab es auch was hier Interessantes. Ich weiß, Level 15 hier, die Deep Pock ist, das ist dann ganz genial. Das braucht einfach zwei Punkte, also ist das nicht gerade so geeignet. Ja. Ja, dann werden wir hier wahrscheinlich ein bisschen, äh, die Pfeile aufstoppen. Das dürfte dann so gehen. Ähm, und raus. Lief Geld. Ähm. Hier haben wir jetzt wieder was Besseres? Nee. Aber wir haben bessere Schuhe, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben, äh, bessere Handschuhe. Gut. Die sind dann noch sehr gut, wenn ich keine Übrigen mehr Leben mehr habe, weil dann mache ich 13% mehr Schaden. Ist nicht das Ziel, dass es soweit kommt, aber kann ja mal passieren. Und das hier hat mehr Verteidigungspunkte. Aber, ja genau, das hatten wir, glaube ich, schon mal alles. Gut. Und hier haben wir auch nichts Besseres. Nö. Nicht wirklich. Ja, ja. Wir sind da so in etwa gleich, aber es geht. Es geht, es geht, es geht. Gut. Äh. Passt. 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 Dann müssen wir noch die Toten wieder auch verstehen lassen. Und dann wär's auch das schon wieder gewesen, wahrscheinlich mit dem heutigen Part. Ja, von der Zeit her wär's etwas so. Wondering One. How can I help you? Hercules. Ja, ich möchte Hercules. Ähm. Dann noch die Megan. Und, äh, die Natalie. Gut. Und, äh, die nehmen wir dann auch mit. Auf die nächste Quest, die da hier heißt. Ähm. Das wird dann ja da auf der Piraten, äh, im Piratenschiff. Hercules. Äh. Und was hat sie? Sie hat Blitz. Nee, da lasse ich ihn mit Feuer drin. Ein bisschen zur Sicherheit. Gut, ja. Dann noch schnell die Thames reparieren, einfach damit ich sicher gehen kann, dass nicht alles kaputt geht. Ah! Kaputt geht! Vielleicht hat's ja auch noch was Neues. Bessere Haltränke oder irgendwas. Äh. Äh. Repair equipment. What would you like? Äh. Und dann items. Which one do you want? Äh. Nichts. Hat nichts für mich. Egal. You venture into the lost woods, to ask the Hermit about the ancient dragon. Ja, machen wir dann vielleicht auch mal noch. Gut. Aber dann würde ich sagen, war's das für heute. Das nächste Mal gehen wir dann noch in die Piratenhöhle. Und ich denke, das sollte es dann gewesen sein, zumindest mal mit dem Level-Grinding-Quest machen. Wieder mal vorläufig. Ja, wer weiß, wie lange es noch geht. Die mir fällt gerade auf, dass die Amazon eine Selzer hat. Aber okay, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch im nächsten Part wieder ein. Und in diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal.